Ich hoffe, du denkst, dass die Steuerung des Bombers genauso gut wie die des Kampfflugzeuges ist. Führen Sie das Flugzeug jetzt sanft über ein Ziel und befehlen Sie der Mannschaft, die Bomben abzuwerfen. Und natürlich genießen Sie die Aussicht. Werfe Bomben ab. Ziel zerstört. Bomben ab. Ziel zerstört. Ziel der Mission erreicht.